Kauf und Aktivierung eines Gutscheins für den Solotoye Jabloko Store In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen den Prozess des Kaufs und der Aktivierung von Gutscheinen für den Solotoye Jabloko Store. Solotoye Jabloko – Goldener Apfel – ist eine bekannte russische Kette von Parfüm- und Kosmetikgeschäften, die ein exklusives Sortiment an Artikeln der weltweit führenden Marken anbietet. In den Filialen von Solotoye Jabloko finden seine Kunden eine große Auswahl an Parfums, dekorativer Kosmetik, Haut- und Haarpflegeprodukten sowie Accessoires und Gesundheitsprodukten. Schritt 1 – Kauf des Gold Shopping Vouchers – Pack im Ultima Store Gehen Sie zu globalultimastore.com und melden Sie sich an, indem Sie auf Sign-in klicken. Suchen Sie das Gold Shopping Voucher Pack in der Liste der verfügbaren Gutscheine und klicken Sie auf Buy Now – Jetzt kaufen. Füllen Sie im sich öffnenden Fenster alle erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Use This Address – Diese Adresse verwenden. Wählen Sie als nächstes die Zahlungsmethode Cashback Points aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Place Order – Bestellung aufgeben. Es öffnet sich das Fenster des Zahlungssystems SmartPay. Klicken Sie auf Yeah, I want that – Ja, das will ich – um die Zahlung zu bestätigen. Fertig. Sie haben den Artikel bezahlt. Auf dem Bildschirm sehen Sie dann eine entsprechende Meldung darüber. Um zum Ultima Store zurückzukehren, klicken Sie auf Continue Shopping – Einkauf fortsetzen. Wählen Sie nun oben rechts My Account aus. Klicken Sie im linken Menü auf My Orders – Meine Bestellungen. Wählen Sie auf der sich öffnenden Bestellseite den Abschnitt Completed – Erfolgreich abgeschlossene Bestellungen – Aus. Hier sehen Sie alle gekauften Gutscheine. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um die Details Ihres Gutscheins anzuzeigen. Sie sehen die Art des gekauften Gutscheins, das Datum Ihrer Bestellung, die Anzahl und den Wert. Klicken Sie auf die Schaltfläche My Vouchers – Meine Gutscheine, um zur Liste der Gutscheine zu gelangen, mit denen Sie auf der Webseite von Solotoye Jabloko Store bezahlen können. Es öffnet sich eine Gutscheinliste. Erweitern Sie diese, indem Sie auf den Pfeil links klicken. Um einen Aktivierungscode zu erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Get Voucher – Gutschein erhalten. Danach erscheint der Gutscheincode auf dem Bildschirm in der Spalte Vouchercode – Gutscheincode. Kopieren Sie ihn. Sie können den Gutschein auch im PDF-Format herunterladen, indem Sie in der Spalte Action auf das Kopiersymbol klicken. Der nächste Gutschein wird in 30 Tagen verfügbar sein. Schritt 2. Aktivierung des Gutscheins auf der Website von Solotoye Jabloko. Melden Sie sich auf der Solotoye Jabloko Website an. Wählen Sie den Artikel aus, den Sie kaufen möchten, und legen Sie ihn in Ihren Warenkorb. Bei der Aufgabe einer Bestellung wählen Sie im Abschnitt Oplata – Zahlung. Die Option Podaricne Karte und Geschenkkarten. Und klicken Sie auf Dobavitkartu – Karte hinzufügen. Geben Sie die Gutscheinnummer und den CVC-Code ein, die Sie im Ultima Store erhalten haben. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Primenit – Verwenden. Geben Sie anschließend den auf Ihrem Gutschein verfügbaren Betrag ein. Fertig. Sie haben den Artikel mit Ihrem Gutschein bezahlt.